So, dann gibt es Mühlen und Achterkreise. Die Mühlen kann man mit den Kreisen verbinden, indem man reist und reist zum Beispiel in die Richtung. Oder genauso andersrum. Und vorne. Das kann man verbinden, indem man nach. Rückwärts. Und rückwärts, drehen. Vorwärts, vorwärts. So kommt man wieder nach. Und vor. Rück. Und vor. Und dabei immer drehen. Dann kann man auch immer kreuzen. Zum Beispiel einfach so. Nach hinten. Genau, genauso andersrum. Also hier. Und wieder zurück. Ja. Dann gibt es Achter. Auch nach vorne einen kleinen Kreis. Einen etwas größer. Klein. Größer. Versuchen immer die Köln parallel zu halten. Also andersrum. Hier. Und da. Hier. 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 Ich bin.